Moin, mein Name ist der Christoph, ich bin ein Freund von meinen Gruppen-Wenn-Camp. Ich verlobte in den LLU für Hochzeiten, in ihrem Gesamtenabschied, am Kultusdisch oder wo dann auch noch mal eine Shopping-Tour gehen. Ich habe auch noch ein paar Söhne für die Lumpen und Taxien. Kommt mein Klimm ab, da wollen sie die Stimme bis hin. Im Lübzgerd kann ich für eine Fleischmaterialien genug Platz, respektiv bei einer Hochzeit, heute Braut, genug Platz. Daran für eine Erfrischung, eine Suchgesucht, eine gute Creme von unserer Musel oder eine Beier, auch natürlich für den Schofen, aber es ist jetzt drin, ob es nicht alkoholisch ist. Für weitere Informationen könnt ihr auch bei unseren Internetseiten www.luxcap-event.com oder mich persönlich kontaktieren an der Telefonnummer 667-09-024-24. Merci für euren Besuch.